Hallo, ich bin Eka. Und ich bin Conny. Ja, ich bin passionierte Näherin und habe schon sehr viel für meine Tochter genäht. Und ich habe noch nie in meinem Leben genäht, möchte es aber ganz gerne lernen und deshalb bin ich heute hier. Und ich werde Conny beweisen, dass wirklich sehr viele Dinge sehr einfach auch von Anfängerinnen zu realisieren sind. Prima, dann legen wir mal los. Ja, dann starten wir mal. Hallo Eka. Hi Conny. Heute möchte ich gerne ein ganz cooles Kissen mal machen. Und zwar mit der Auflage, dass es so einfach wie möglich ist. Also es soll einfach sein und total toll aussehen. Gut, keep it simple, das Prinzip. Genau. Das ist das Hotelkissen, Hotelkissen mit Hotelverschluss. In Hotels sehr oft verwendet, deswegen Hotelkissen. So, das ist ohne Knöpfe, ohne Reißverschluss, also wirklich super. Das ist in der Versuchung. Die Anleitung hierfür gibt es auf www.zierstoff.de und das bekommt wirklich jeder hin. Jetzt holt mein Kind. Okay, wir machen weiter. Der Vater ist ja auch noch da. So, wir haben jetzt zum Berechnen im Endeffekt zweimal die Breite. Zum Berechnen des Stoffes, oder was? Genau, zum Berechnen des Stoffes zweimal die Breite plus ein Drittli plus zwei Zentimeter Nahtzugabe. Wie schon gesagt, das ist ganz einfach erklärt. Einmal die Höhe plus zwei Zentimeter. Okay, im Zweifel gehe ich jetzt einfach ins Internet auf www.zierstoff.de und dann sehe ich da genau die Maße. Genau, das ist sehr einfach. Du hast, ich habe das jetzt auch schon so ein bisschen vorbereitet für die Größe des Kissens. Also wir haben zweimal die Breite plus ein Drittli plus zwei Zentimeter Nahtzugabe. Ein Drittel brauche ich hierfür für den Hotelkissen. Genau, das heißt da und dann, ja, okay, verstehe. Und einmal, wir haben dann einmal die Höhe plus jeweils die Nahtzugabe. Also das ist wirklich ganz einfach. Und ja, ich möchte dir jetzt auch zeigen, wie man da aus diesem Stoff ein schönes Kissen mit einer Applikation macht. Ja, weil der ist ja, ne, da muss ja noch ein bisschen was drauf. Ja, da liegt natürlich allein das Kissen schon von dem Stoff. Applikationen haben wir in einem separaten Video erklärt, deswegen haben wir hier alles schon entsprechend vorbereitet. So, jetzt habe ich hier meine Breite, die ist 42 Zentimeter. Die Breite von diesem Kissen. Von dem Kissen, genau. Und jetzt werde ich mir erstmal, ich habe hier schon Zwickle gemacht, 42 Zentimeter, das kann relativ mittig hier passieren. 42 Zentimeter im Winkel nach oben, hier auch zwei Zwickle, das ist nämlich meine Vorderseite des Kissens. Und da möchte ich jetzt meine Applikation draufsetzen, das heißt, ich nehme hier meinen Apfel, den ich machen möchte. Den mache ich so auf 21 Zentimeter etwa, ne? Ja, also kannst du ihn auch links machen, rechts machen, das ist eine Geschmacksfrage. Okay, aber, okay. Genau, und den bügele ich jetzt erstmal fest und steppe ihn einmal hier drum rum und dann erkläre ich dir gleich, wie man das Kissen mit einem Rutsch fertig hält. Kurze Frage noch, du hattest gerade gesagt, ich kann diese 42 Zentimeter Länge auch, könnte ich theoretisch auch hier auslegen. Das kannst du auch machen. Dann wäre der Hotelverschluss aber nicht in der Mitte, sondern an der Seite. Genau, eher in der Mitte. Okay, verstehe. Deswegen, du wirst auch gleich verstehen, wie das System funktioniert und kannst das gleich dann in allen Variationen umsetzen. Jetzt machen wir kurze Pause und machen den Apfel mal hier schnell drauf. Ich habe das jetzt einmal drauf gebügelt und einmal im Kreuzstich drauf genäht. Okay, mit der Hilfe von Ilka muss man fairerweise dazu sagen, aber ansonsten völlig allein. Super, schöner Zickzack-Stich, ganz toll. Wunderbar. Zickzack. Zickzack. So, jetzt haben wir hier unsere Zwicker. Also wir legen jetzt erstmal das Kissen mit der rechten Seite so hin. Wieder nach innen. Genau, nach innen. Und jetzt haben wir unsere schönen Zwicker, die müssen wir gerade nochmal kurz hier suchen. So, und jetzt legen wir hier Zwick auf Zwick. Zwick auf Zwick und die andere Seite auch Zwick auf Zwick. Okay. Genau, so und jetzt habe ich hier eine, jetzt lege ich das eine Stück ein bisschen zurück. Erklär dir gleich wieso. Und das wieder drüber. Das heißt, das ergibt diesen schönen Verschluss. Wenn ich jetzt hier reingehe, dass das hier doppelt ist. Genau, du kannst, du könntest rein theoretisch das auch ganz einfach so legen. Ist auch eine Variante, also es gehen beide Varianten. Wir legen es jetzt so, wie du gesagt hast. Genau, hier so ein Stück nochmal. Zurück. Zack, zack, halt. So, zack. Okay. Und jetzt wird im Endeffekt nur hier und hier die Naht geschlossen. Über diese Öffnung können wir es dann verstürzen und fertig ist das Hotelkissen. Das ist sehr cool. Wichtig ist aber, dass wir es vorher noch abstecken. Genau. So in welchem Abstand, wie viel Nadeln brauche ich so ungefähr? Ja, ich würde, je nach Material, ich würde jetzt so im Abstand von 5 cm, würde ich immer die Nadel stecken. Genau, der Kopf immer so, dass der nach innen zeigt. Und dann kannst du auch gleich hier an die Nähmaschine und loslegen. Okay. Also, wir haben das jetzt an den Nähten hier oben und hier unten ganz einfach mit einem normalen Stich festgenäht. Genau. Zugenäht. Und jetzt stülpen wir das eben rum. Ja, da gibt es einen Trick an den Ecken. Und zwar, wenn du hier mit dem Finger die Ecke schon etwas umstülpst und dann da durchziehst, dann ist die Ecke hier schon sauber nach außen gekehrt. Okay. Das ist an der nächsten. Ich zeige das nochmal langsam. Du gehst mit dem Finger rein, stülpst die Ecke um, drückst die mit dem zweiten Finger da rein und holst die raus. Ja, sehr schön. Dann haben wir ein sauberes bisschen sauber rausgeholt, die zwei. Die anderen zwei kannst du machen, genau. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ein festeres Material, aber funktioniert. Ich mache es ein ganz bisschen anders. Ja, aber sieht genauso gut aus. So, der Trick ist dabei, dass du den, ja okay, gut, draufhalten, genau. Dann ist die Ecke heraus. So, und dann müssen wir eigentlich nur noch das Kissen hier durch die Hotelöffnung bringen. So, und jetzt machen wir das Kissen da rein. Okay. Jetzt ist der kritische Moment. Passt es denn auch wirklich da rein? Haben wir richtig gerechnet? Mathe-Genie. Und der Kampf mit den Kissen. Es gibt keine Darbeider, Schwert, es gibt Kissen. So, verdammte Axtmärzer macht das mal, ich bitte nicht hin. Und so sieht es aus, wenn es fertig ist. Mein Kissen! Schön. Danke. Betusch! Haha! Haha! Untertitelung des ZDF, 2020